sms jobs und nur mit flugzeugen nicht mit jetzt eine propeller flugzeuge oder sie ganz cool aber flugzeug ist so langsam und langweilig es wird ewig dauern die ladezeiten sind so nervig einfach nur wahrscheinlich kannst du nicht flugzeug ändern was was ist mit dem stamm flugzeug auf irgendein ich nicht als wenigstens gta-man ein flugzeug auf fahrrad wie denn willst du die scheibe im cockpit aufsteigen ja dann bist du direkt rausgezogen vielleicht kannst du eins kaporen wie bei just cause ich habe ja auch der dritte teil war raus oh mein gott wir fliegen jets crap egal ja minimal ist der midget schneller ich nehme mal luxor wir nehmen luxor die air force one den milchjet nehm ich auch lieber milch milchjet ne milchjet ne milchjet ne milchjet ist toll oh gott wir wissen ja alle wie gut ich fliegen kann warte moment hier wie kann ich nochmal gas geben das ist jetzt hier anders ne ws und also ws numpet 5 runter und numpet 4 6 rüber wie zieh ich hoch die scheiße mit der 5 auf dem numpet richtig kann man da geht das ab fliegen und nicht gleich antronen die die ich 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 in den Sachsen geflogen. Ja, weil Early mich wieder... Ey, jetzt hier, spannendes Rennen, Leute. Warum seid ihr so schnell? Warum seid ihr so schnell? Oh nein! Warum seid ihr so schnell? Nein, das Problem ist... Drehen ist auf meiner Aufnahmetast. Ich kann mich nicht drehen. Kein. Du bist so der Gewinner der Herzen. Early hat mich gekillt. Ich bin schon wieder der Star! Was ist das Crab so schnell? Weil der Milchjet hat. Das ist so ein richtiger Milf-Hunter. Milch-Hunter? Der Milf-Jet. Nein, Milchjet, Mann. Oh, ich hab gerade meine Räder ausgefahren. Die Feder. No rider. Oh, McFly. Jetzt kann man da noch so schräg machen. Alle ganz ruhig und angespannt. Selbst Early. Ich will halt nur nicht hinter Early landen. Im wahrsten Sinne des Wortes landen. Boah. Boah. Ach, Dalio. Ey, ich will nicht unter ner Brücke durch. Das verleichtert mein Leben. Du hättest gleich freigestellt. Du kannst theoretisch darunter fliegen. Ah, Linkwind. Linkwind. Nein! Oh, da vorne rammt sich zwei gleich. Oh, da rammt hier noch Crips gleich. Oh, nein, da komm ich nicht mehr rüber aus dem Checkpoint. Wie hat Lobios das jetzt überlebt? Ich check es nicht. Wo kommt ein McFly auf einmal? Legs. Jetzt krieg ich Legs. Jetzt krieg ich Ratsdaten Legs. Nein, vergiss es. Wie komm ich denn zu dem Checkpoint rüber, bitte? Nein, ich kann nicht drehen. Ich kann nicht. Und Alarm nicht überholt, weil ich den Checkpoint nicht geholt habe. Nein, die Aufnahme nicht beendet. Ich bin nicht. Oh, mein Gott. Alter. Krebs stürzt ab, glaube ich. Mami? Mami? Nein! Oh, ich war zu weit vorne. Das gibt es gar nichts. Oh, ich habe den Boden gestriffen. Das war richtig knapp mit einem Flügel. No, McFly. McFly! Was war das denn? Was war das denn? McFly hat mir abschießt, ey. Early, early. Liquid, bitte nicht. Ich habe es mich vor. Ich komme nicht ins Riesenrad. Ich komme jetzt ins Riesenrad. Nein! Oh, das ging so entspannt los. Weiß Alga, warum mein Flugzeug eigentlich irgendwann gelb war? Ich habe eigentlich ein Blaues. Ja, ich weiß nicht. Mein Flugzeug hat auch einmal die Farbe umlockiert. Ich frage mich gerade so, ich steh mich, ob er blau ist. Oh, Mann. Ui, ich war so gut. Ich will nicht mehr. Guck mal, wie süß Early fliegt. Ja, Early lässt sich auch Zeit. Fahre mal die Bremsklappen ein. Ich kann nicht drehen. Ich kann nur mit Arm. Nee, hier. Ich möchte auch Early zuschauen. Hä, warum? Was mit 4,5 auf dem NumPad? Weil Drehen auf meine Aufnahmetaste, sonst werde ich die Aufnahme. Er schafft es nicht. Fahre doch mal einfach alles. LENG MECH! Nicht mal ein Abstürz. Und nicht mal abgestürzt. Das ist schmach. Guck mal auf die Zeit, ey. Ja, die Zeit ist krass. Die Zeit der ersten drei ist heftig. Ja, wir waren ja alle da. Ich war die dritte, verdammt. Wie kein fehliges Rennen. Ja, mich hat er auch noch abgeschossen. Ich war dritte bis... Ohhhh. Mein Gesicht sieht nicht mehr so gesund aus. Ich hab mit nem Flügeleimer den Boden schockt. Guck mal aufgeladen. Ja genau, Krabs muss wieder hinlegen. Hab den Checkpoint verpasst, leider. Ah, Krenz, was war das denn? Bei uns einhundertstel, Krabs, ey. Auf wen hast du gesetzt, Krenz? Ich geb keinen Daumen. Ich geb keinen Daumen. Ich warte gleich auf Early, wenn er hinter mir ist. Auf wen auf dich? Ich setz immer auf mich, ey. Hahahaha. Cash out. Egal, Leute, ich bin tot. Ich bin raus. Ja, 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 ja. Was machen wir jetzt? Äh, nehm, 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 nehm. Ja, jeder was anderes, oder was? Das haben wir noch nicht gespielt. Ohhhh. Verkehrs, wenn's kracht, ey. Nur wegen dem Namen, Leute. Machen! 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 Halle Balls! In den Team, jetzt ohne Early. Wuuu. Ragequitt Early. Weg ist er. Kass. Oh, können wir jetzt hier mit Beifahrer machen? Äh, Team GDR, ja. Oh ja, bitte. Aber mit Random, also Beifahrerwunsch random. Beliebig. Ja. Okay. Bevorzugte Rolle könnt ihr euch aber auswählen. Ah, Beifahrer, Beifahrer. Einer fehlt aber noch in der Login. Ne, alle da. Ich will Beifahrer sein. Ja, das könnt ihr euch aussuchen. Alle nur Beifahrer. Ich. Kein Auto fährt los, weil wir alle Beifahrer sind. Ne, ich mag Fahrer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das wird geil. Ich nimm der, der es aufs Dach schnallt. Leute, Motorik. Das wird ja geil. Was? Hast du gleich gesehen? Hast du Motorbild eingestellt? Oha, ich darf mit McFly fahren. Was bin ich? Beifahrer? Ja. Dann wird ja Kuma dann einfach. Alla Kuma. Ich bin Beifahrer bei dir, Dalu, oder was? Alla Kuma, oder was? Alla Kuma. Okay. Yves, hast du mich ausgewählt oder was? Nein, ich hab Liebig gemacht. Oh, was nehm ich denn? Lenkraketenwerfer natürlich. Ja, macht das. Ob du die angezeigt bekommst. Ich weiß nämlich noch welche. Oh Gott, das wird ein Tor. Muss ich mir den Weg sagen? Ist das das hier? Das Schicksal wollte es, oder? Yves, du musst mir den Weg sagen, irgendwie. Oh mein Gott. Was? Ne, das sieht der andere drauf aus, oder? Mit A und D, glaub ich, war das. Ne, das ist Rally. Das ist Team Rally. Sagst du, du kannst schießen? Ne, ich kann fahren. Das ist ganz normal. Du musst nur schießen, Yves. Geil. Okay. Sag mir, ob du die Punkte schießt. Du musst immer nah an die dran. Ich hab nämlich ne Schrotflinte. Ja, sech. Ich fahr schon mal früher los, kennste ja. Ja, ist klar. Der geht gar nicht mit Yves. Wow, der ist so fett. Dabei hab ich schon bei 1 Gas gegeben. Ich hab gar keinen Moniz. Ab wann kann ich denn hier? Guck mal. Dauert noch. Hier. Jetzt. Massen freigegeben. Wieso bremsen? Kannst du bremsen, Yves? Nein. Du kannst die Raketen schießen. Ah, okay. Ich kann nicht bremsen. Kann ich die abfeuern, oder was? Ich bin abgestört. Irgendwas passiert. Ich mach nix. Scheiße. Ich hab grad meine Hände gar nicht irgendwo dran. Jetzt ehrlich. Nimm mich. Irgendwann bremst mein Fahrzeug immer. Äh, Craps? Ja, bitte. Wo bist du? Ich hab freiges Motorwartem. Okay. Ach, Grants. Hi. Wenn du die natürlich alle abhängst. Ich bin für ne Kacke. Meiners. Schieß einfach mal ein bisschen nach hinten. Aber Dalu, du hast recht, dass wir im Bremsen sind. Also meiner hat teilweise auf. Wenn mein Erster ist, dann bremst der plötzlich einfach. Mann hat ja nur kurz. Dalu, Scheiße. Was machst du? Wir haben keinen Reifen mehr. Wir haben uns den Reifen weggeschossen. Hallo, Romeo. Wer war das jetzt? Wir haben uns den Reifen weggeschossen. Ach so. Bist du auch neu gespawnt damit? Ja. Naja. Die ist auf den Reifen nie hieb, wenn du kannst. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh. Hinter uns. Ich hab kein Jeep. Ah, selbst auf die Schnauze. Ich hab kein Jeep. Oh, fuck you. Wie, Krabs hat uns gespringt? Warte, 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 warte. Du musst respawnen, oder was? Sehr gut, Krabs. Du musst jetzt ein eigenes Motorrad, Eva. Ehrlich? Komm, Eve. Du musst ein eigenes Motorrad betrunken. Krabs, bist du hinter mir? Ja, alles klar. Ich krieg keine Sachen. Nee, dann schieß wir jetzt nicht nach hinten. Ja, ich krieg keine. Nee, mach nicht. Warte, weiß nicht. Respawn? Ja. Jetzt krieg ich ein eigenes. Das ist ja doof. Hahaha, Lobheus. Spannend. Das gibt's doch gar nicht. Du musst auch nach vorne gucken beim Fahren, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Alter, was hab ich denn für eine Rennmaschine? Ey, aber was war das mit dem Bremsen? Das war mega strange. Eve ist einfach ein bisschen... ...kopulento, ne? Ja, genau. Ich bin so eine Fettwurst. Sieht man nur. Nee, aber... WTF? Die hat nur schwere Knochen, hab ich gehört. Ja. Ich bin am Arsch. Da bin ich Zweiter, kann doch gar nicht sein. Jetzt, Eve, halt auf! Ja, von vier. Der Motor ist übersteuert. Der Motor ist zu laut, oder was? Aber wie ist das denn? Haben wir dann doppelte Platzierungen, Dalu? Nein, nein. Es ist... Wenn Dalu jetzt alles kommt, bist du auch automatisch Erster zum Beispiel. Sagst du, sagst du, sagst du. Sagst du, sagst du. Ja, das wird nichts, weil... Weil alle fahren einfach nur ganz normal. Scheiße, ich glaub, ich bin die Listen nachgefahren. Ah, ich glaube, ich bin richtig. Nee, doch nicht. Weil die ersten vier fahren einfach mit ungefähr immer 500 Meter Abstand. Es wird nichts passieren mehr. Ja, scheiße. Wird's doch nicht. Weil der, der hinter mir ist, ist der aus meinem Team. Ach so, wenn Sachse... Ich könnte eigentlich bei Sachse spawnen. Hm. Ich glaube, ich muss hier langlegen, aber ich weiß es nicht. Siehst du's nicht mehr? Nein, wenn du die durchgefahren hast, seh ich die nicht mehr. Oh, sorry, dass ich jetzt ein bisschen weit weg bin. Naja, ist schon okay. Warst du da lang? Nee, ich bin falsch gefahren gerade. Glaub ich schon. Alter. Alle ganz leise, alle konzentrieren sich von hart. Das heißt, du musst gar keine Checkpointe mehr einsammeln, oder was? Nee, nee, die sollen nicht... Das stimmt, ich muss die auch nicht einsammeln, das wär schwer. Du musst auch nicht einsammeln. Ja, das mit dem Sport ist verbuggt, meiner Meinung nach. Oh Gott, falsch abgebild. Ja, das ist wirklich... Eigentlich müsste ich da hinten drauf... Ja, gewollt. Das ist falsch. Scheiße, nein, McFly. Warum fahr ich hier auch blind nach? So ne Kacke. Also vom Spiel aus, von vornherein meine ich halt. Ah, Dado bringt das nach Hause. Baby, bring das nach Hause! Kann ich das nicht nach Hause bringen. Ist ja hier so ein gemütliches, abendliches Rennen, als wenn wir da mit unserem Biker-Club so eine kleine Runde drehen. Eine Ausfahrt machen. Ja, es ist so, es passiert halt gar nichts mehr. Alle fahren hier ihr Rennen. Komm, wir treffen uns nochmal. Dreht um! Dreht um! Dreht um! Das ist ja wirklich... Nice try, Craps! Müssen wir hier runterfahren? Bist du trotzdem noch zweiter Craps? Ja vor allem, du findest den Weg ja auch gar nicht mehr, wenn du die Checkpoints nicht hast. Holy fucking... Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Was war das jetzt für ein Schuh-Retter-Sprung? Ähm... Aber jetzt kannst du nach hinten schießen. Liquid. Okay. Ja, macht keinen Sinn. Da vorne ist das Ziel und ich sehe keinen hinter mir. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich glaub das... Ah, ich spring! Nein, ah scheiße, das war doof. Gewonnen! Theoretisch hätten wir uns aufteilen können mit den Checkpoints. Ja, theoretisch hätte ich auch immer weiter zurückbleiben können, die alle noch weiter aufhalten. Alle sind einfach schön locker ins Ziel gefahren. Ich hab den Weg überhaupt nicht mehr gefunden ohne den Checkpoints. Das war richtig spannend. Das war schön. Am Ende... Mit Autos müssen wir das machen. Komm ich hier weg, komm ich hier weg. Ich will das mit Autos. Und ist das Ziel, wie komm ich zum Ziel? Ich bin relativ am Anfang geplatzt und dann... Yves, wo bist du denn? Ich bin im Ziel. Falsche Stadt. Falsche Stadt. Falsche Stadt. Joby, was ist da hinten? Verdale, nur weil du ein pinkfarbenes Motorrad siehst. Ja. Ja. Es sind ja nur vier Teams gefahren. Vogel. Aber es wäre dann, wenn ich dann hinten auf deinem Moped gesessen hätte, wäre ich mit dir platziert worden. Und so bin ich jetzt alleine platziert. Du bist sie auch. Nö, du bist sie auch. Du hast einfach meine Platzierung eingenommen. Ich bin einfach abgefallen irgendwie. Aber ich habe den zweiten Rang geholt für uns. War das stimmt. Hm. Yeah. Lass uns mal mit Autos machen. Können wir versuchen. Das ist halt ein bisschen doof. Also, dass das Rennen auch so nicht spannend war. Hier, wir müssen die Buckelpiste. Das sieht gut aus. Das ist eine Buckelpiste. Mhm. Das sind brandige Zeiten. Guck. 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 Puh. Puh.